Mit XXL-Klunker auf Red Carpet, ist Lillu James etwa verlobt? So you can feel cool. Nur auf der Preisverleihung. Dabei schlenderte sie zwar ohne ihren Langzeitfreund über den Red Carpet, dafür aber mit ziemlich viel Bling-Bling an ihrem Finger. Hat der Tecron-Star nach vier Jahren Beziehung etwa endlich die große Frage gestellt? Die 28-Jährige konnte ihr neuestes Accessoire jedenfalls gar nicht oft genug stolz in die Kameras halten. Das Paar hatte sich 2014 am Set des gemeinsamen Films Stolz und Vorurteil und Zombies kennengelernt. Seitdem waren die beiden Turteltauben nicht nur unzertrennlich, sondern auch ziemlich skandalfrei. Glaubt ihr, dass und Matt verlobt sind? Stimmt ab! Meister 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 Feature J